Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Sieht trotzdem gut aus. Ach, danke. Hey, Japan. Ach, das war's. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein. Ähm, Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals. Echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du grad sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlen sterben, weil du um Schnee-Stock schuldigst. Ich hab heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Hey, du bringst mich um. Habe ich mir den Bitten? Pass auf! Nein! Vielleicht. Leck mich. Sorry. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest. Da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Das ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Die fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Äh... Ich dachte, ich seh mir mit Joel einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Äh... Curtis und Viper 2. Den hab ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Action-Filme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlittenfahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Äh... Okay. Vielleicht spiel ich Gitarre für dich. Okay. ...armes Kind. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay. Also... Zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesem kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay. Der jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist der im ersten Film? Äh... Zehn. Warte. Wie viele Teile gibt es davon? Äh... Ich glaube, es sind vier... Was? Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ja. Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja. Ich schreibe Musik, also... Wenn jemand ne Kamera hat... Warte, Moment. Es gibt Original-Eli wieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Baa... Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Bitte. Oh, oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, es wird kälter. Shit. Da sind welche drin. Viel wichtiger. Wie kommen wir da rein? Hier sind verschiedene Spuren. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, es wird kälter. Und wenn wir... ...werverscht. Nummer eins. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Gute Idee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Okay, das war's. Okay. Wie ist das? Ellie. Mehr Blut. Dina, hier lang. Mehr Runner. Mal sehen, wie's läuft. Ah! 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 Geh! Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Vielen Dank. Hältst du mir hoch? Ich will mich umsehen. Komm mal. Gut, hoch mit dir. Ähm. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da. Sehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Wir hätten auch Glück haben können. Hier drunter. Ali! Ali? Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will die wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Siehst du einen Weg aufs Dach? Äh, weiß nicht. Okay. Ist da irgendwas? Hab was gefunden. Schön. Vielen Dank. Ich bin drin. Ich auch. Wollen wir Vorwärter suchen? Ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.